Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. Hier direkt an der Wesermündung lebt und arbeitet es sich nordisch frisch. Wir lernen Joanne kennen. Eine FSJ bei der Lebenshilfe Primahafen hat ihre Lebensplanung komplett verändert. Ich habe die Stelle gefunden über meine Mama, sie hat mir die Stelle angeraten und ich brauche da eine Stelle für die Überbrückung für mein Fachabitur. Ich habe dann hier einen Hospitationstag gemacht und habe mich da in den Job verliebt. Es hat sich sehr viel dafür ausgewirkt, weil ich vorher etwas ganz anderes studieren wollte, International Management. Nach dem FSJ habe ich gemerkt, dass das mir eigentlich viel mehr liegt und dass ich in die Richtung gehen möchte und dadurch studiere ich das jetzt ja auch. Mehr Informationen erhaltet ihr auf www.diakonie-in-niedersachsen.de Caridio Image und Eventfilm Produktion